ich glaub ich weiß schon wie ich das tue so aber wenn ich das steuerruder hier übernehme habe ich wie viel geld habe ich eigentlich so ich wollte mir nämlich noch 16.000 bevor ich das mache hole ich mir noch ein paar neue oh es ist zu weit weg ne ich mach die mission sonst würde ich mir noch ein paar neue na ihr lieben sonst würde ich mir ein paar neue säbel holen ich habe noch kein neues säbel ich habe zwar eine neue pistole aber noch kein neues säbel wir sind wieder im atlantik shay und die templer verfolgen die assassinen expedition welche männliche stimme hat da gerade geredet ok ok x ja guck mal und ist das euer ernst haben wir hier zufällig auf dieser insel einen shop shop den ich nicht benutzen kann warum gesperrt naja gut schade ja 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 Sendet ihm einen Gruß. Oder nicht. Vor ein paar Tagen segelte er ostwärts mit Kurs auf Antikosti. Hm, gewiss. Ich rate zur Vorsicht. Oh, ich war bereits dort. Dann wünsche ich euch viel Glück. Ich segle Richtung Conception Bay, falls ihr weitere Unterstützung braucht. Vielen Dank. Gut. Der Großmeister ist erfreut, Shay. Was ihr in New York vollbrachtet, nur noch eine Frage der Zeit, bis die Ordnung wiederhergestellt ist. In New York gab es nie Ordnung, gehst du. Oh mein Gott. Es mag euch nicht leicht gefallen sein, Freund, aber ihr tatet das Notwendige. Das sage ich mir auch immer. In New York sind wir die Assassinen fast los. Und es ist nicht so, als hätten sie nicht versucht, euch das Leichenhemd anzuziehen. Ihr hattet keine Wahl. Ich beschloss, das Los der Templer zu teilen. Und wir sind froh, dass ihr es tatet. Wer weiß. Ansonsten hättet ihr euch an Master Kenways Schwertspitze wiedergefunden. Oder eurer. Wohlgesprochen. Seht, Shay, durch Hopes Tod habt ihr nicht nur euer Leben und das von New York im Gipfel der Sassinen gewahrt. Ihr habt auch Gefahren, woher uns der Weg führt. Unsere Aufgabe ist einfach, eine Gruppe von Mördern an der Zerstörung einer weiteren Stadt zu hindern. Eines langen Tages, Gist. Ich will nicht gefühllos sein, Sir, aber was habt ihr mit dem Tod der Dame gelegt? Dass sie klüger ist, als ich dachte. Sie wollte Leben nur genug Zeit geben, den Chevalier zu erreichen. Sie haben sicher schon Segel zur Vorläuferstätte gesetzt. Ja, aber... Ich muss sagen, ich bewundere die Fehlgeleitete meint. Ich nicht. Die Assassinen verfolgen ihr zörichtes Ziel weiter. Sie suchen verzweifelt nach einem Edenspieler. Vor allem jetzt, da die halbe Bruderschaft tot ist. Boah. Auf ihr Zeichen, Käpt'n! Feuer! 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 Nein, das war schlecht. Aua. Ha? Ha, jetzt werden wir attackiert. Das ist immer schlecht. Das ist immer schlecht. Wo ist der Käpt'n? Da ist der Käpt'n. Und da sind die letzten beiden. So macht man das. Zack, jetzt habe ich auch ein bisschen Metall. Und Metall ist immer gut. So, ähm... Ich würde sagen, ich repariere das Ganze. Schön. Schnell. Und jetzt geht's weiter nach Antikosti. Äh... Holz, Tabak, 90 Metall. Ja. Das nehme ich, glaube ich, auch noch mit. Bevor ich eine Antikosti säge. Oh shit. Hey, schießt mich nicht die ganze Zeit ab, ja? Oh ne, jetzt hat mich das Ding auch gerammt. Obwohl ich das Ding doch schocken wollte. So. 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 Na komm schon. Hoch mit dir. So, geht doch. Jetzt hab ich genügend Metall. Hahaha. So macht man das. Das war ne Level 22 Brick, ne? Neunhundert. Ich füge die mal in meiner Flotte hinzu. Achso. Alles geschafft. Jetzt ab nach Antikosti. Ja, machen wir auch gleich. Oder später. Wir haben ja genügend. Jetzt, wir haben jetzt irgendwie 180. Vielleicht gibt es im Westen eine Ausweichroute. die umgegangen. Im Westen, die ohne Zeit verwaschen. Gut, gut. Dann. Ach. Ist doch direkt hier. Wieso wollen die mich dann dem Festen umleiten? Egal. Ah! Äh, ja. Ich verstehe, warum wir zur Rückseite dieses Vormüssens, obwohl... Ja. Viel weiter war ich jetzt auch nicht weg, ne? Bin's Wasser. Hm. Hier geht's hoch. Aha. Kann man doch sehen. Hoch mit hier. Ja. Dieser Mann steht ins Kande vor euch. Wir hatten Charakter versorgen und unter aller Leben gefährdet. Wir machen unser eigenes Gesetz. Und dieses Gesetz verlangt, dass jeder Verrat die Höchststraf verdient. Hm. Nehmt dies als Mahnung. Gehorcht dem Kodex. Ja, das klingt aber nicht nach dem Redo, nach dem die Assassinen einst gelebt haben. Das war nur eine Frage der Zeit, bis jemand bezahlen muss. Der Käpt'n sprach Galle, seit der Franzmann weg ist. Kerl hab ich nie vertraut. Hm. Wie komm ich hier hoch? Hier komm ich nicht rein. Da komm ich auch nicht hoch. Nein, 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 nein. Das war ein Fehler. Hm. Es ist doch viel zu einfach, wenn man es nicht auf den ersten Blick sieht, ja? Man nehme... Ja? Diesen Weg. Oder auch nicht. Äh, hier geht's nicht weiter. Hm, hm. Hier bin ich richtig. Hier muss ich hoch. Guck mal. So kommt man hier durch. Jo. Krieg ich den von dir aus mit deinem Attentat? Ne. Schlafpfeile. Schlafpfeile. Ich kann euch nicht genug danken. Ihr seid ein Held. Ja, das sind wir tatsächlich. Aber... Wir treten auch gerne welche, wenn sie am Boden liegen. So. Nachladen. Komm. Schön machen, bevor es jemand merkt. Oh. Diese Dokumente zeigen nichts als verfluchte Symbole und Unsinn. Der Franzose war immer ein Geheimniskrämer. Aber er hat bestimmt einen großen Schatz. Optionales Missionsziel. Keine Wachen töten. Ah ja, das war zu spät. Hier ist Symbo jemand. Dem ich nicht gern begegnen möchte. Aber es ist mir jetzt auch schon egal. Oh. Das klingt nicht so schön. Äh. Nein! 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 So. Zurück zum Schiff. Da widerspreche ich euch nicht. Zegel setzen. Vereilung. Wir sind unterlegen, Sir. Gredig. Und Vollgas. Wow. Und wir sind aus der Reichweite. Schön, schön. Ist auch schön, wenn man schneller ist als die anderen. Die Flucht war knapper, als ich erhofft hatte. Aber wir haben, was wir brauchen. Dann wissen wir, wo das Schivaliers Schiffe hinsegeln? Nicht ganz. Aber wir haben die Mittel, es herauszufinden. Guck, muss diese Karten deuten. Dann sollten wir Kurs auf Neufundland nehmen. Gut. Offenkonflikt vermeiden keine Wachen. Was? Wieso habe ich keine Wachen getötet? Ich habe doch hier die... Hm. Vielleicht, weil ich sie erst... Ne. So, Neufundland ist wahrscheinlich... nicht so schnell zu erreichen. Obwohl... wenn ich hier in die Schnellreise gehe, schneller hinkomme. Hm. So. Es sind auch 6000 Meter, aber ich muss jetzt hier nicht irgendwo rumlaufen. Gut, ähm... Ich weiß jetzt nicht, wie ich das machen werde. Äh, ich... Sag mal, wenn ich wieder da bin. Hallo? Hallo?